Im linken oberen Bereich haben wir die Nachrichten aus der Community in den Mittelpunkt gerückt. Hier gibt es Hinweise zu Veranstaltungen, Tipps und Tricks zu unserer Plattform und Inhalte, die die Nutzerinnen und Nutzer von RPI virtuell erstellt haben. Darunter in rot aktuelles aus dem Infoblog. Nahezu täglich wechselnde Informationen aus Kirche und Gesellschaft, Medien, Didaktik oder Religionspädagogik. Hier daneben in grün der direkte Zugriff auf Suchworte aus unserem Materialpool. Es lassen sich auch Begriffe und Materialien finden, wenn man oben rechts ein Suchwort eingibt. Oder eine dritte Möglichkeit, ein Klick in die Top-Navigation direkt zum Materialpool. Alle Funktionalitäten sind auch über diese Top-Navigation hier oben erreichbar. Gibt man dann einen Suchbegriff ein, erreicht man nicht nur Materialien und redaktionell aufbereitete Themeneinstiege zu diesem Thema, sondern auch Blogbeiträge der Nutzerinnen und Nutzer, andere Personen, die dieses Thema als Interesse angegeben haben und Gruppen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und dazu Lernumgebungen anlegen. Daran kann man teilhaben, wenn man hier oben rechts den Benutzernamen und ein Passwort eingibt, um somit auch selbst Dateien hochladen zu können, an Gruppen teilzunehmen und sich Materialien in Themenlisten abzuspeichern. Der volle Materialpool und sämtliche Inhalte sind jedoch auch ohne Anmeldung frei zugänglich.